Ich habe keine Ahnung, was Ghost Ship ist. Ein Schiff, das irgendwo rumtreibt und mich erst mal kurz konzentriert. Ja und dann Ghost Ship, da ging es darum, dass das Schiff da so ein Haufen Leute verunglückt und dann fährt dort ein Bergungsteam hin und das ist halt ein geister Schiff. Wie gesagt, treibt einfach rum und ja, weiter habe ich es halt nie geguckt. Okay. Dann noch ein bisschen Twister. Also ich habe Ghost Ship deshalb nie weiter geguckt, weil es mir tatsächlich zu unheimlich war. Kann dann immer nicht schlafen. Ich mag auch keine Horrorspiele, äh, Horrorspiele sag ich schon, Horrorfilme so generell. Der Erste hat schon wieder gewonnen, ja. Der Joschka, hat denn der gewollt? Ah, der hat den Assassin geholt. Der hat übrigens schon einige sein Bonbons, der Joschka. Guck mal, was der für einen Courier hat. Courier? Courier. Courier. Ah. Ja. So, jetzt kann ich gucken. Der Joschka. Benzelein ist so geil. Gerade geändert. Du hast dir weiß den Namen. Hast direkt übernommen. Aber der Joschka hat unglaublich viel gemacht. Der hat, wenn du das siehst du ja im Courier Warehouse, das komische Häuschen links oben. Der hat 800 Bonbons ausgegeben. Oder 400 oder sowas. Ist schon krank. Der hat schon sehr, sehr viel gesuchtet. Vor allem kriegst du maximal 10 pro Tag. Deswegen ist das noch viel, viel Crank. Ich hätte aber gerne ein paar. Ich hab kein einziges Item bekommen. Ich hab' bis jetzt noch kein Item bekommen. Ich glaub' man kriegt immer inzwischen immer die gleichen Item, also das ist nicht mehr unterschiedlich. Ich hab' mal Ogre Magi Level 2 ins Gesicht gedrückt. Ich hab' ein Axe Magic. Find' ich... Find' ich fein. Ja. Sind wir schon gut dabei. Du hast'n Axe Level 2 schon? Ja. Yoil. Ich hab' bei der zweiten Runde hatte ich gleich zwei. In der ersten Runde hatte ich schon zwei Ogre. Jetzt hab' ich halt einen gekauft. Jetzt hab' ich gerade nochmal zwei Ogre gekriegt aufm Haufen. Ich hab' jetzt... Ah, da ist schon das erste Item. Ja, Crown. Hast du auch eine Crown gekriegt jetzt? Robe of Magic. Oh, man kriegt nur gleichzeitig, aber man kriegt nicht die gleichen. Nochmal. Ich hab' nur eine Crown gekriegt, dann kriegt man doch nicht mehr die gleichen. Schade. Äh... Ach, Mann, was nehm ich denn? Mal sehen, wie das hier läuft. Die Spyro geht. Spyro? Ja. Ja. So, ich aktualisier mal kurz noch meinen Streamtitel hier. Mal hier gegen Armutszeugnis muss ich jetzt ran. Oh. Der macht aber viel Damage. Oh, ja. Chaos Knight, der macht doch ganz schön. Ja. Ah, weil der schon einen Chaos Knight hat. Alter, das tut weh. Der Chaos Knight besiegt mich. Shit. Du kennst die Passive von Dämonen? Die was? Die Passive von Dämonen. Ne. Okay. Äh, wenn du nur einen Dämonen auf dem Feld hast, dann macht der 50 extra True Damage. Das ignoriert, äh, Rüstung und sowas. Okay. Das ist nicht nett. Ich mach's so. Mhm. Oh, was geh ich denn hier? Ist nix passendes wirklich dabei. Ich hab auch noch keine einzige Passive. Komplett nicht. Äh, der geht schon Knights. Der geht Knights, Warriors und... Hat ein Shadow Fiend. Da geht auch noch jemand Knights. Gibt schon Doppel Knights. Du gehst Warrior. Ich guck eigentlich, ja. Der geht Assassin Knights. Goblins. Assassins. Kann man eigentlich die Targets von den Helden vorstellen? Wow, ein Varus Punch hat mein Fun Camper einfach mal so ausgeknockt. Also vor dem Russen musste ich echt in Acht nehmen, oder? Wer über dir ist. Ah. Ne, der hat verloren und zwar richtig übel. Lustigerweise. Bei mir hat er vollgebracht. Ich glaub ich musste eine Warrior wegkaufen. Mach halt. Der After Dusk is always ready for a fight. Sorry. Ich kann nämlich komplett in meinen Bordel hergekauft was ich gekriegt hab und ich hab jetzt schon in Stufe 2 äh Slaughter. Oh, ich kann nicht mehr bewegen. Scheiße, er hat schon mal einen mit reinsetzen können. Naja, Mist. Wo der ein Doppel Shadow Fiend hier stehen. Uff. Also zum Glück der schlechte Pose, aber das bin ich glaub ich trotzdem nicht. Das ist halt, äh, die Dämonen. Dämonen, ja. Die Dämonen Passive ist so stark, dass da meine Stufe 2 Einheiten keinen Unterschied machen. Aber wo ich zwei Stufe 2er hab. Bin jetzt kaputt gegangen bei Discord. Discord ist glaub ich gerade abgeschmiert bei mir. Loll. Du weißt. The dusky's always ready for a fight. Walrus Panzer. Quan drei weißt ja. brand. Ja, mach ma das mal so. Oh, da war ich zu langsam fürs Level Up zu benutzen. Ist es noch da? Ja, du hörst mich, okay. Bei mir glaube ich gerade Discord weg. Okay. Juhu, der eine macht hier ständig den Punch und fickt mich halt voll weg. Bin ich das zufällig bei dir? Ne, Joschka, der kriegt grad von mir aufs Maul. Ich habe übrigens schon einen Task für 2 gerade gekriegt in 2 Runden. Lustigerweise. Lass du mich besiegen. Ja, geil. Jetzt habe ich schon mal 3 Warrior, das ist ganz neins. 3 aus Ema bekommen. Was? Äh, oder? Sag ich das gleich. Ich habe gerade 3 Morflinge in Ema bekommen bei der Auswahl. Oh, weiß. Ich habe hier noch 2 Anti-Mage rumstehen. Anti-Mages. Die sind auch ziemlich stark. Gibt es hier ne Strategie, wo du auf Demons und Demon Hunter zusammen gehst? Weil die Demon Hunter die Fähigkeit haben, wenn du 2 unterschiedliche hast, dass deine Demons immer ihre Fähigkeit behalten auch wenn du mehrere hast. Weil sonst kriegen die ja einen Debuff, wenn du mehrere Demons hast. Okay. Also meine Armee hat grad ganz schön abgerockt. Das krieg ich hier überall. Das krieg ich hier Mages vor die Fresse. Oh lynch-Mage, wie das ist ganz E-Mage. Guck mal, das wäre die exactement? Guck mal. Wird hier ständig die Musik aktualisiert? Das ist, wenn jemand was ausgibt, ну, dort oder so. So. ich will einmal rerollen in der sicht schon gelohnt gerade noch so hin reinsetzen können einmal rerollen hat sich gelohnt kurz bevor es auf ready ging bist du schon level 6 hat mich gerade gelevelt nach oben der walrus punch ist halt super stark vom task tatsächlich also task level 3 ist was ich schon gerne in einem warrior aufbau haben würde welche wo ich gewonnen hatte ich keinen task obwohl ich nur warriors hat wirklich irgendwie neuen warriors oder so auf dem feld der eine hat mir gerade zwei rose punch verpasst und dadurch waren meine das war meiner ich hab gegen dich gerade gespielt sie ist gerade durchlaufen das ist mein task 2 2 ok der walrus punch der ist echt hart den hatte vor uns der russet lobe schon gehabt die haben auch schnell eins schauen aber da hat weniger diesen unaussprechlichen namen ich gebe auch mal weiter wenn ich jetzt verlieren soll das ist halt so loki was macht denn der hat der da vorne schämen stehen hat er zwei trolle da vorne stehen und geht auf assassin sind über dabei macht der trolle und dann ist hessens dahinter holy shit das für eine taktik und die funktioniert bis jetzt noch nice an die menschen 2 ist stark ich habe das jetzt auch alles so schön an der ecke stehen es bringt nicht immer was in die ecke zu stellen es gibt auch du kannst auch eine linie machen damit die ihr der mensch besser verteilen oh nein jetzt zwei items light stone und white stone gewonnen ich glaube ich war sogar in der ersten die gewonnen hat nur das noch ein drittes item hast du ein glück noch viel mehr glück ich habe kein geld mehr das war dumm ist gerade fast in dem weiteren reingestellt ja ich glaube es war generell bisschen blöd was ich jetzt gibt machen wollte irgendwie hier ich habe jetzt gerade ein bisschen pech mit erhalten auswahl bin ich jetzt spiele ich gegen den letzten russen da okay ich bin gegen den anderen russner der macht mich gerade glatt der hat nur virus punch eigentlich gehabt ganz knapp der hat demons deswegen ein haufen damage der hat zwei gehabt die waren kurz vor fertig also kurz vor dem tod fällt gerade auf ich hatte nur ich hatte nur gerade fünf auf dem feld es ist ganz schön dumm ja kann man so sagen eins zwei drei ich glaube ich lieber das tatsächlich geht irgendjemand auf max eigentlich auf wen mechanische einheiten der geht auf warriors tatsächlich genauso wie ich warrior warlock kombi noch ein warrior oh god jetzt geht die halt auf warrior da oben sind ein paar max beim yoyoshka aber die sind alle ziemlich schlecht im level du auch nicht keine sorge geht auf max ohli ich glaube ich muss auf max wechseln hier die mechanischen goblins max goblins gibt man normalerweise dann also ich glaube ich werde die runde definitiv verlieren wie gesagt immer ein bisschen glück mit dabei in dem spiel ja jaja klar ich hab grad loki 5 gegeben oh den hab ich einen der ersten bereichern den besiegt hat den lok guck mal was bei mir abgeht irgend so ein dunkler schatten reißt mir grad hinterher hat mich bis nach hinten gedrängt bin ich tot ganz knapp hat er gewonnen das ist das lag da kann sich quasi unsichtbar machen jetzt habe ich aus versehentlich gekauft nach vielen dank die ja vor uns habe ich einen ex verkauft jetzt kommt wieder ein ex mhm 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 jetzt passiert jetzt hams ich ah ich habe die verkauft leck mich doch eh gedrückt mhm 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 ja es ist natürlich schwierig Dingen spielst du noch nicht gegen mich Aumult zeugnis okay die locz 3 bei mir wow bei mir siehts dicke aus also ich bin gerade aktuell sehr genug in game ich hab 5 auf dem feld stehen gehabt da hätt er 7 auf das feld stellen könne der gegner hat eine fähigkeit wurde der unterbindet dass deine leute fähigkeiten benutzen was passiert er hat den wenigsten vollen die fähigkeit gegeben also wirklich am wenigsten sinnvoll wenn meinen leuten nämlich dem stufe 1 tast der da irgendwo mittendrin stand das natürlich dann doof wird schmerz so wie stehmens ist aber auch eine geile kombo eigentlich magic resist increased okay ich habe drei ich hab zwei bist die mama jetzt wundert sich bestimmt alle warum ich habe immer wieder so viel auf dem feld stehen habe aber du blöd ist also hat blöd ist alter der terror blade 2 macht alles rund bei mir die kämpfe überall noch akne habe ich um nicht gegeben die läuft kann ich so gesagt ich werde die runde du kannst immer noch zurückkommen du müsstest vielleicht auch auf max wechseln oder sowas wenn es halt nicht läuft wenn du das nicht kriegst was du brauchst ja ich hab ich hab halt zweimal da war nix deutsch junge junge nix deutsch genau ich krieg hier haufen zweer wo ich nämlich frage clockwork stufe 3 wenn ich jetzt gegen joshka muss das haut er knödelt mich er knödelt mich aber auch war also jetzt kommt erstmal creeps da gibt mir mehr items ich bräuchte noch ein task zum beispiel und noch ein terror blade und dann hatte ich nur zwei stufen aber bei mir läuft es halt überhaupt nicht beim offlevel event wird habe ich die terrible place weg ist die weil die hatte ich ziemlich häufig tatsächlich ich habe noch nicht immer hier das aber armutszeugnis ist das auch ganz schön abgestürzt also eigentlich macht du und der loka gerade das rennen läuft doch endlich ist noch heute lol ich hätte eigentlich schon ganz gerne ich benutze ich nicht mehr so jetzt kann ich nämlich die mensch mehrere benutzen theoretisch falls ich dann irgendwann da probleme haben sollte das hier ein level ab ich muss nach dem verkaufen einfach die prima vom verkaufsbutton nehmen ich glaube das zahlt sich dann wirklich auch alles ja das wäre hilfreich ich war dann gegen dich gekämpft ich war dann gegen dich gekämpft danke fürs plattmachen bitteschön Termo blade entweder läuft es bei mir auch gerade ziemlich gut mhm ziemlich du bist erster bei dir läuft es gut ach komm schon kriege ich aber die ganze zeit assassins also ich hätte mir ich hätte luna holen müssen dann den juggernaut den bekomme ich hier total hau und tiny halt ich bin halt am anfang zu viel aufs falsche gegangen zu oft aufs falsche pferd gesetzt aber die gewaltig dann mehr walrus punches kriegen ich werde nur noch abgeschlachtet bei mir läuft es gerade nicht mehr so gut tatsächlich das war ein bisschen knapp gegen den akne akne ja acn russe gedönst das ist ziemlich knapp tatsächlich hab ich nur gerade so gewonnen krass aber ich bin schon auf die 50 gold hat schon gekommen jetzt ne ich nehme dich raus jörner stanz ready icon troll warrior den ich auf jeden fall gern noch und den hätte ich auch gern noch ich habe gesagt dass ich auch warrior jetzt gehe ich habe auch morris gekriegt und durch gehe ich dann warrior du bist ein scherzkeks ja bin ich das machst mich gerade schon wieder alle ich creme gerade die nook dein terrorblade geht einfach so fiesch ab hier mit diesem flightstone und der hat schon ein paar items mit mir gekriegt damit er richtig schön rein knallen kann der hat auch dps von 82 bei mir immer was mache ich denn jetzt ich habe keine doppel die mensch deswegen nämlich dich rein jetzt bekomme ich zwei maß lag zum beispiel sowas wo ich wieder drauf gehen würde aber mal ein level ab auch wenn ich das nicht benutzen kann weil ich zu langsam war irgendwie ruckezeit bei mir heute bisschen wird irgendwas in meinen einschränkungen falsch ich will schon was aus letztlich ist glaube ich mein lichen rock das gerade ordentlich durch weiß ich noch jemandem schaden das wäre super geil ich bin bei fünf prozent das ist das hart ich glaube wohl nie dass ich das jetzt noch sonderlich drehen kann ich hätte auf jeden fall gerne eigentlich ist dich auch gerne mich hast du nie gern doch mal kurz so ich werde noch nicht immer die wir noch hat bei mir glaube ich wobei ich habe ja inzwischen mein warrior mein troll warrior der übelst ab geht ich bin sofort mit als aster aus was ein prozent habe ich noch ein jahr läuft euch den mühlen hier tatsächlich gerade bekommt es gleich was mehr ist nichts dabei was ich gebrauchen kann tatsächlich toll jetzt habe ich noch den ins lag bekommt er nicht wovon ich vorhin zwei verkauft habe ich habe ich nicht mehr geschafft und da habe ich gedrückt der e gedrückt das war es jetzt muss ich mal kurz in locken ich glaube gegen dich ja das ist das ist zum glück relativ entspannt ich kenne grad gegen hier hörst du nicht tun so damit sie zu langweilig für die anderen wird muss ich bloß auch suchen kann sie doch mal rechts auf meinen bild klicken dann findest du mich auch mal du hast gerade gemerkt du warst quasi unter mir so zack zack und jetzt will ich das da haben genau und das auch so hast du es wieder zurückgesetzt ja weil ich sonst zu viel auf dem feld habe oh shit du bist da nicht drin ja ich habe nicht so viele aber ich hatte terrorblades du bist ja kurz vorm terrorblades stufe 3 ne ich hab da nur ein stufe 2 naja und dann hast du zwei stufe wenn jetzt noch einer kommt weil ich gerade verreckt bin ich habe nur ein stufe 2 ja wie soll ich dann kurz vorm stufe 3 ja sein du brauchst doch drei stufe 3 äh 2 ja ich hab übrigens auch gerade verloren gegen den ja ne aber du hast doch links und rechts ist ein äh power terrorblade drin also ja aber das ist nur einer das ist nur stufe 1 wie sollen die auf stufe 3 kommen ja dann brauchst du noch einen und dann ist es stufe 2 ach so ja ja ich hab schon richtig gerechnet ich wollte dich nicht äh was hab ich jetzt hier jetzt hab ich einen zu viel drin hallo dich so du hast raus what the fuck is wrong with you so kann ich dich wieder rein nehmen zack grad noch so ja zwei sekunden vor schluss hast du noch grad so reingenommen reicht ich weiß nämlich langsam nicht mehr ob ich gewinne mir gehen langsam die upgrades ich hab eben nicht mehr geupgradet also der hat halt stufe 3 schadophinen ne mhm und ah stufe 3 schadophinen hat es überlebt das zu sehr mit seinem damage den er hat aber du hast ihn ganz schön lange hingehalten schade dass ich denn bei dir mit gucken kann äh was du grad bekommst außer wenn ich jetzt einen streamer mache ja wenn du einen streamer machst kannst du das hm ja ich brauch eigentlich nur zu meiner freundin rüber gehen weil die ich guck grad an ich glaub ich mir jetzt den hau ich den jetzt weg fuck ich will keinen weghauen eh ne menemu ich hätt dann eigentlich den task upgrade aber nur noch ein task dann hätt ich das upgrade ah shit ich würd den den dritten verlegen das oh der no key haut mir aber auch ins gesicht das ist schade oder oh ne doch nicht das schaff ich ja sogar noch nur noch assassins sehr gut aber da wurde von meiner winning streak unterbrochen gemeinerweise so den wollte ich jetzt upgraden mit dem mal zurück oh nice hoffen wir das nächste runde gewinnen ich habe auch keinen den slader nicht mehr und das level ab übrigens mein troll warrior ist das der hier das durch carry tatsächlich wirst du denn erst nicht moment das ist ich bringe ein ender roidstone roidstone du hast ein roidstone an den 1 und 2 eigentlich halte hyperstar und machte so übel ist der dps auf dem stufe 2 troll wurde der hat ja kein hyperstone von mir gekriegt ne der macht unglaublich viel dps damit auch gewöhnt nicht hinein ich nehme ich nicht an die menschen noch mal immer noch was was ich upgraden kann nicht so cool du fliegst jetzt raus und du wahrscheinlich auch weichen kann gar haben nope alter ist das viel dps nice ich habe zwei übelste range dps monster tatsächlich der terrorblade und der troll warlord die machen so viel damage der terrorblade hat glaube ich gerade ein 170er dps gehabt völlig irre und der rest muss überleben übrigens siehst du sie jetzt einfach die laien nehme mit ihren damage die gegner besser verteilen damit meine vier nicht sterben so schnell passt wieder nicht dachte wo ich das erste mal dass das spiel gespielt hat dachte ich man muss das wie schachfiguren anordnen aber gib mir doch erst mal ein upgrade eigentlich hätten sie das wirklich halber also auto halber nicht mal raus so was habe ich mal wieder ein upgrade gehabt oh nice da ist mein tasche 3 aber den kann ich nicht setzen und da kommt das boot ein schiffchen habe ich das gerade in den reingenommen hast du glück bei den upgrades gehabt kann das sein ja aber die hat eine luna level 3 die hat mich gerade gekillt aber ich hatte relativ viel glück bei den upgrades ja aber da gehen wir noch ein paar warrior raus ich glaube von denen die jetzt oben sind nicht der einzige mit warrior da ist meine schufe 3 damit brauche ich keinen task mehr eigentlich hätte ich das gerne alles und terror blade ja shit also gehen wir halt die einfachen gegner aus dass ich hatte auch glück mit den gegnern ich habe relativ viele einfache gegner bekommen am anfang das ist ziemlich ich brauche noch einen tarot noch zwei tarot blades dann habe ich nämlich nicht ich werde jetzt upgraden als nächstes nach meinen lycan ich brauche noch drei lycans tatsächlich ähm anti mage nochmal oh nice achso die fliegt raus ich habe nur noch nebenbei mit drin Elemental the warlock Elemental the warlock ich habe bis jetzt keinen einzigen Elemental warlock drin ich habe bis dann habe ich schon drauf nein nein ich kriegst du jetzt die plate mail kein warrior drin ach shit time to shove off weißt du eigentlich wofür unter deinem Namen hast du doch das Pferd stehen und daneben hast du noch ein Pferd das ist ein rank ja achso das ist ein rank da sind wir beide Pferde und das andere sind schon was sind das Läufer aaaaaaah ich würde gehen den lycan weiter upgraden ja weg mit dir ich verliere halt jetzt ne wir gehen halt die Leute gegen den letzten habe ich gerade verloren shit jetzt sind bloß noch 5 im Rennen er hat gerade auch verloren mhm der nächste ist dann der nächste russer der nächste ist dann der nächste russer oh shit was geht jetzt raus ich hab's ich hab's oh zum glück der den würde ich rausnehmen zum glück oooooh das hätte er mich ritten können richtig übel oh nö die zu viel oh die Techies zu zu Dingen sind das echt mies damit habe ich das glaube ich verloren oder ne mein DPS ist zu hoch mit dem das ist doch wohl wieder abgehen wenn der Papa das gleiche Ziel angegriffen hat ey das ist nur bam 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 wie so ein Maschinengewehr mhm ich krieg aber nicht mehr die passenden jetzt gerade krieg nicht mehr die passenden toll ich krieg jetzt halt vier pinke aber das passt nicht zusammen der inner hat ein Juggernaut 2 und ein Juggernaut 3 mhm das macht richtig damage das macht richtig damage aber ich verliere es trotzdem ich verliere ganze Zeit gegen den Typen ja jetzt hat er ja hier ein Luna 3 witchdoktor 3 luna 3 troll warlord 2 der hat mir halt den troll warlord weggekauft witchdoktor 3 monster kill der holt gerade richtig auf ich krieg aber auch immer die die grad nicht mehr unten stehen habe ey mhm 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 Ja, ach so, das ist ja, drachen komplett weg, ich glaub du bist der Erste, ja, das liegt aber an dem Troll-Wallout, wie gesagt, weil der komplett insane ist, oh, ich hab Reaver gekriegt, wenn ich da mitmache, wow, nicht viel, Chaos Knight. Was macht eigentlich der Esel, der hat solche Einflussstrahlen? Ja, keine Ahnung, hab ich auch schon mal jemanden gefragt, was er da ausstellen soll und dann wurde gesagt, keine Ahnung. Hallo. Ich mach wieder was, was ich brauchen kann, so ein bisschen zumindest. Ich hab halt ziemlich viel AOE tatsächlich jetzt. Ja, get boomed, aber ich verlier's trotzdem, trotz der Riesenexplosion. Das tut weh, das ist tatsächlich der Letzte vom HP-Wert gerade, der mich hier rackt mit seinen Knights. Kurz vor dem 8% hat er dann nochmal, hat er wahrscheinlich Schwein gehabt bei der Auswahl von seinen Schachfiguren. Gib mir doch Warriors, komm schon! Ach, ist das kacke. Ich hab nur noch 4, du siehst das, wenn du auf mein Ding ins klickst. Ach, maaaann. Ich geh halt jetzt unglaublich viele Legendaries, weil ich Level 9 bin, ne, 3%, hab aber übrigens schon 20 Legendaries gesehen, aber das nützt mir halt nichts. Hä, wenn du auf mein Esel klickst? Wenn du auf mein Esel klickst, das Mana ist das Gold. Die blaue Leiste sozusagen. Hab ich denn jetzt drauf geklickt? Auf mein Esel klicken. Ich hab auch kein Live-Lead oder irgendwas in der Richtung, das ist halt super kacke. Wenn ich Live-Lead hätte, wär ich noch viel stärker. Ich kann hier auch nicht mehr zugucken. Ist der Escape gedrückt? Nee, nee, Escape, aber ich bin irgendwo drinnen und, ach ja, zuschauen. Nö. Kein einzigen Warrior mehr, irgendjemand kaufen übelst die Warrior weg. Das ist halt links oben, weißt du, der hat vorher nicht ein Warrior gehabt, wo die Warrior gegangen bin. Der hat jetzt irgendwie 3 Stufe 3 Warrior oder sowas. Alter, Alter. 4 sogar. Das ist halt leider GG. Hat mehr Glück gehabt dann, wenn Warriors kriegen. Einfach mehr Glück. Ich kann dir nicht mehr zuschauen. Ich seh's nur im Hintergrund leicht. Der Kanker, ey. Mein Schiff kommt gar nicht. Was denn da passiert? Warst du schnell tot? Auch da kommt das Schiff nochmal. Naja. Der Kanker macht mich rund. Aber ich krieg'n Warrior und dann nützt mir halt nichts. Ach komm. Nope. Nope. So. Jetzt hab ich was gefunden. Aufnahme auf Festival, da kann ich ja wenigstens halbwegs wieder zugucken. Ich werd's nie, wie ich hier wieder. Du hast aufnehmen über die Steam angemacht. Was? Hast du jetzt? Du kannst über Steam-Overlay auch Sachen aufnehmen. Sonst gibt's keinen Sinn, dass es ein Overlay sein sollte. Vielleicht muss ich mich Anti-Assassins stellen jetzt. Weil einer schon übelst Assassin's drin hat. Ich hab bei Dota irgendwo hingeklickt. Kannst du auch da Replace aufnehmen, ja. Ja ne, aber ich bin jetzt in so einer Art Menü hier. Puh. Ein HP. Guck mir eh grad die Kenner zu. Von daher ist das eh nicht so schlimm. Wenn du raus bist, können wir ja dann... Na, ist stopp. Können wir machen. Bin aber noch bin ich nicht raus. Drago, ich die nächste Runde überlebe. Wahrscheinlich nicht. Egal, einfach keine Warrior mehr bekommen am Ende. Ach toll, da sind wir noch ein Terrorblade. Ja. Ich hab das Gefühl, dass die Techies wirklich viel Damage machen. Tatsächlich. Sehe ich das nochmal, wie viel Damage die gemacht haben? Was ist das denn? Trollfrost. Sehe ich glaube ich nicht nochmal, wie viel Damage die gemacht haben. Oh, ist eh vorbei in dem Moment. Und Lawl sind beide gestorben. Ich hab sogar Platz 2 gemacht dadurch. Haha. Echt? Ich bin jetzt vorne bei mir. Hab sechs Sekunden länger überlebt. Ne, eine Minute länger überlebt. Hä? Wann ist der Loki gestorben? Ist der ist... Ah, der ist eine Runde vorher gestorben. Dödöm. Bin zweiter geworden. Es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Ich bin kein Musiker. Heilt die Welt. Wann ist die, die Welt?